Willkommen in unserer Sticker-Praxis. In unserer neuen Workshop-Reihe nehmen wir euch bei uns hier im Store persönlich an die Hand, damit ihr endlich euer Sticker-Projekt erfolgreich absolvieren könnt. Ihr habt schon länger Bock auf ein reflektierendes Design, aber ihr habt Berührungsängste. Welches Design passt überhaupt zu meinem Fahrrad und welche Farben soll ich nehmen? Sieht das am Ende überhaupt gut aus und was ist, wenn ich mich verklebe? Habt keine Angst. Antoine, unser Head of Design steht euch zur Seite. Von der Auswahl des richtigen Produkts über die Aufbringung der ersten Sticker bis hin zur Vollendung eures Meisterwerks. Er ist da für euch mit einer ruhigen Hand und nützlichen Tipps.